Endlich nach 24 Jahren gibt es wieder ein eigenständiges Wohnenministerium. Ich weiß, dass es Wunsch von ganz vielen war, aber es ist auch Ausdruck, dass die neue Bundesregierung im Bereich Wohnen, Städtebauförderung und Bauwesen einen ganz klaren Schwerpunkt setzt. Denn Wohnungen werden gebraucht. Wohnen ist ein Menschenrecht, aber viele Menschen in Deutschland finden nicht die Wohnungen, die sie suchen. Familien, die sich vergrößern wollen, Ältere, die eine barrierefreie Wohnung brauchen, Studierende, die preiswerten Wohnraum brauchen. Das ist die Aufgabe des neuen Ministeriums. Wir wollen 400.000 Wohnungen in Deutschland jährlich bauen, davon 100.000 Sozialwohnungen, denn Deutschland braucht endlich wieder mehr Sozialwohnungen. Und ganz wichtig, wir müssen dabei das Klima im Blick haben. Das heißt, wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen, gerade auch im Bereich des Bauens, möglichst klimaneutral zu bauen, den Bestand zu nutzen und nachzuverdichten. Ich weiß, dass wir da intensiv dran arbeiten werden, auch mit Ihnen. Ich freue mich auf den Wohnungsbautag 2022. Für mich als Bauministerin ist es die Gelegenheit, das erste Mal auch vor einem größeren Publikum unsere Agenda des Bauministeriums vorzustellen. Es ist ein ganz wichtiges Treffen für alle, die sich für Bauen und Wohnen in der Republik interessieren. Ich bin da und ich freue mich, wenn Sie auch da sind.